Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting und heute geht es um das Thema Kommunikation. Kommunikation ist das wichtigste Thema mit Abstand. Ich habe da auch wieder einige Erfahrungen sammeln dürfen und können in den letzten Wochen, Monaten und ich möchte jetzt hier einfach mal so ein paar Learnings teilen mit euch und zwar wie folgt. Ja, mal angenommen, du bist jetzt hier der Experte, ja, also du bist jetzt hier der Experte, ja, der IT-Experte und bist schon seit längerer Zeit in der Regel selbstständig oder nebenbei selbstständig oder was auch immer. Auf jeden Fall, du bist jetzt hier selbstständig und hast dich entschlossen, ja, immer ein bisschen auf die Tube zu drücken. Also häufig ist es auch so, dass halt viele sagen, okay, wir sind jetzt irgendwie seit 20 Jahren Freelancer, verdienen gutes Geld und dies und das und jenes. Ich komme jetzt langsam in die Jahre und ja, mache mir Gedanken, ich möchte ja nicht irgendwie arbeiten, bis ich 80 bin, sondern ja, möchte vielleicht jetzt einfach mal eine GmbH gründen und eine Holdingstruktur und da einfach mein Geld reinpacken und ein paar Angestellte, ein paar Teams bilden, dann einen Geschäftsführer dann draufsetzen. Und das ist dann sozusagen mein Cash-Kauf fürs Alter und dann wird da eben steueroptimiert, ein paar Rücklagen gebildet in der Holding, damit ich letztendlich nicht bis ich 80 tot im Unfall arbeiten muss, sondern ich auch als Ethicsperte da meinen Lebendabend genießen kann, egal wo auf der Welt reisen kann, ja, meine Enkelkinder spielen mit denen kann, einfach was vom Leben habe, bevor ich dann einfach tot bin und wir alle sterben irgendwann, keiner von uns weiß, was da wirklich dann auf uns zukommt. Es kann einfach sein, dass da gar nichts ist. Also wollen wir denn jetzt endlich diese Lebenszeit, dann nicht bis zum Ende und bis zum Umfallen, ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das, was du tust, gerne tust und auch leidenschaftlich tust, ja, aber die wenigsten sagen, okay, ich möchte jetzt hier irgendwo in meinem PC bis ich tot, Unfall da sitzen, ja, und halt irgendwelche Codezeilen schreiben, ja. Ja, also das kommt dann meistens so, manche haben das so um die 40er herum, ja, 40er Jahre, manche erst um die 50er Jahre, manche sind schon Mitte 50 und kriegen dann irgendwie dann auf irgendeinen Grund meistens mit, okay, auch ich werde nicht ewig leben, ja, auch ich werde älter, ja, und, oder manche sind zum Beispiel so busy, so wie ich es auch in letzter Zeit, in den letzten Jahren war, wo ich das Gefühl habe, okay, vier Stunden, also eine Woche vergeht bei mir so schnell wie vier Stunden, okay, jetzt rechne ich das mal runter, dann sind ja 20 Jahre, vergehen dann so schnell wie fünf Monate, ja, also, das ist dann schon so, wo man sagt, okay, ich muss da vielleicht mal ein bisschen was ändern und jetzt sagt der IT-Experte, okay, ich will jetzt hier nicht über irgendwelche Holdingstrukturen, das ist nicht mein Gebiet, da gibt es andere Leute dafür, kann ich dir welche empfehlen, wenn du willst, einfach mal kontaktieren, sondern einfach um das ganze Vertrieb und Marketing und Skalieren und so weiter, das heißt, ich sage jetzt hier, okay, ich möchte jetzt hier mal was ändern, fundamental, das heißt, ich skaliere und hole mir letztendlich, wie wir es hier besprochen haben, also, wir sind jetzt hier letztendlich, wenn du das Video nicht gesehen hast, mit den acht Leads wegen, diese zwei Matriken, dann einfach mal das Video nochmal schauen, bei mir auf dem YouTube-Kanal mal schauen, ja, bitte, und dir unbedingt anschauen. Du bist jetzt hier irgendwo und hast hier mehr oder weniger häufig noch gar nicht, also, die meisten haben noch gar kein Content gemacht, die meisten haben eigentlich noch nie liebe Leads gemacht, die meisten sind irgendwie hier kalte Leads oder warme Leads oder was auch immer, auf jeden Fall ein paar Empfehlungen und that's it, basically, ja. Manche haben dann irgendwie ein, zwei, also, die haben meistens auch so eine irgendwie hybride Geschichte, aber manche leben auch nur von Vermittlern oder Subunternehmer und so weiter, also, das heißt, da ist noch gar nicht so viel passiert. Und jetzt wird es sagen, okay, ich möchte hier ein bisschen Gas geben, um eben, wie vorhin ausführlich und breit und lang erklärt, mir ein bisschen für die Altersvorsorge zuvor zu sorgen. Ich habe noch nie eine Rentenkasse eingezahlt und selbst die, die eine Rentenkasse eingezahlt haben, werden nichts bekommen und so weiter, das heißt, also, es ist eine gute Idee, hier vielleicht noch was zu machen. Also, das heißt, du sagst jetzt hier als erstes, ich brauche jetzt Hilfe, ja, und jetzt gibt es jetzt diese Matrix, ich mache es nochmal auf, du sagst jetzt hier, okay, Empfehlungen, ja, das ist die Matrix von eben, Affiliate oder Partner. Ja, und dann hast du hier Angestellte und dann hast du hier Agenturen, ja, und das sind eben nur die vier Wege, die es gibt, was anderes gibt es eigentlich nicht. Und jetzt musst du dich halt entscheiden, da musst du eine Hausaufgaben machen und sagen, okay, wie investierst du das Geld, was du jetzt übrig hast, damit am Ende dann natürlich mehr rausbeikommt und das Ganze dann verpackt, optimiert und so weiter, dann für meine Altersvorsorge und für das, was ich dann da vorhabe, Reisen oder meine Enkel genießen und so weiter, dass ich dann eben da, dass alles so funktioniert. Und das ist auch eine, auch da wieder langfristige Strategie auf die nächsten Jahre, ja, es ist nicht so schnell, 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 hier und dort und dann nach sechs Wochen, okay, hat nicht funktioniert, oh, wieder zurück und wieder Strategie ändern und so weiter. Nein, das ist alles langfristig und ich bin grundsätzlich nur eigentlich mit ein paar Ausnahmen auf der Suche und interessiert an langfristigen Zusammenarbeiten, ja, also Kunden, wo wir gegen, von, miteinander und gegeneinander, äh, miteinander und, äh, gegenseitig, ja, was voneinander haben, du von mir und ich von dir und zwar für die nächsten Jahre hin, denn die richtigen, die richtigen Wertschöpfungen entstehen häufig erst nach einem gewissen Zeitraum. Warum? Weil man sich einfach besser und näher kennenlernt, die ganzen Schwächen und Stärken und dieses Zusammenspiel, das Team schmilzt zusammen, beide Teams, das Externpaar, also der jeweiligen Mitarbeiter auch bei den zwei Entities und so weiter. Also es ist so viele, äh, so viele Gründe, warum letztendlich langfristige Zusammenarbeiten immer besser funktionieren, ja. Okay, ähm, und dieses, 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 dieses schnelle, ruckartige Hopp oder Top, Hopp oder Top, ja, das ist, bringt nichts, ja, auch für Interne, auch wenn du Angestellte hier einstellen willst, ja, genauso wie, wie Agenturen externe, ja. Und jetzt ist es halt so, dass halt viele eben den Fehler machen, dass sie eben das nicht so langfristig sehen, dann machen sie eben hier folgendes, sie stellen jetzt hier, also sie holen, das Erste ist immer das Einfachste, also es ist wesentlich einfacher, sich irgendwie eine Agentur hier zu holen, zum Beispiel, ja, die halt Leads macht, zum Beispiel, ja, also ich brauche jetzt mehr Leads. Der entscheidet also, der T-Expert sagt, okay, meine größte Schwachstelle hat aktuell die Neukundengewinnung, Neukundengewinnung, Leads, denn hier, Empfehlungsmarketing findet schon statt, aber meine Bestandskunden, das ist begrenzt, ja, oder ich bin sogar quasi im Remake, ja, also im Rebranding, das heißt, ich war bis jetzt irgendwie so Freiberufler, Subunternehmer, irgendwo Freelancer oder sowas, ne, und jetzt habe ich meine eigene GmbH gegründet, jetzt muss ich ja quasi als GmbH Neukunden auftreten und das Marketing, das Branding, das Logo und so weiter. Also das ist ja auch nochmal ein Wandel, ja, ganz, ganz wichtig und auch nochmal eine ganz andere Art und Weise der Kundengewinnung, weil ich telefoniere jetzt Leute an und sage nicht, hey, ich bin Freelancer, kann ich irgendwo nebenbei noch mitarbeiten und so weiter, sondern hallo, ich rufe an und sage, hey, ich bin die XYZ GmbH, ich bin Dienstleister, ich verkaufe Dienstleistungen, ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, ja, also häufig, es ist ja so, dass wenn du irgendwo Kalterkrise machst, ja, hier, das ist ja so das, was jeder machen kann und was auch jeder erstmal machen muss und, oder versucht zu machen und dass du dann sozusagen in der HR-Abteilung landest, ne, als Freelancer, IT-Experte irgendwo anrufst und sagst, hey, ich bin IT-Experte, das ist auch der Entwickler, ja, cool, dass du dich selber meldest, cool, ja, wir suchen auch gerade welche, hast du schon unsere Jobanzeigen gesehen und so weiter, ich leite dich hier mal weiter an die Frau sowieso, ja, ist meistens komischerweise eine Frau und Personalleiterin und so und so und so, ja, dafür möchtest du ja weg, ja, das ist ja völlig, völlig andere Herangehensweise und ganz anderer Akkriseprozess, ja, als wenn du sagst, hey, jetzt bin ich eine GmbH, ne, und verkauf Dienstleistungen, ja, das, da hat die Personalleiterin überhaupt gar nichts mehr mit dir zu tun, ja, und jetzt machst du eben hier mit Agentur und so weiter Leads und das funktioniert dann irgendwie mal schlechter, mal besser, es ist einfach die Realität da draußen, ich würde mal sagen, dass, ja, bestimmt jeder irgendwie schon zwei bis dreimal schlechte Erfahrungen gemacht hat mit egal was, ja, Agenturen und so weiter, das ist einfach die Realität, ähm, es gibt halt auch viel Mist da draußen, das ist halt einfach leider so, aber da will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, warum und weshalb und, ähm, ich meine, da könnte ich mal ein eigenes Video drüber machen, was sind so die fünf Hauptgründe, warum, ähm, es häufig nicht funktioniert und das ist nicht nur mal einseitig, das ist auch manchmal, funktioniert einfach nicht, aber letztendlich immer, was ich schon gesagt habe, immer gute Hausaufgaben machen und, äh, Leute suchen, egal, das ist auch wirklich egal, ob das jetzt Agentur ist oder Angestellte, ja, also hier Mitarbeiter, ja, es ist völlig egal, ähm, du brauchst Leute, die bereit sind, die Extramelle zu gehen und wer mit mir schon mal zusammengearbeitet hat, ja, der weiß, ich beantworte auch E-Mails noch nachts um zehn, ja, und auch manchmal morgens um zwei, wenn ich zufällig noch wach bin und manchmal auch morgens um fünf, ja, also ich hatte ja auch in den letzten, in den letzten paar Wochen hatte ich Tage dabei, da habe ich nur drei, vier, fünf Stunden geschlafen und ich sage auch ganz ehrlich, das ist nicht sonderlich gesund, aber ich bin halt bereit, die Extramelle zu gehen und ich stelle auch nur Leute ein, die bereit sind, die Extramelle zu gehen, ich arbeite auch nur mit externen Partnern zusammen, die bereit sind, die Extramelle zu gehen und das ist das, was, das ist die Erwartungshaltung, der Expectation Setting meiner Kunden und deswegen bin ich auch nicht bestimmter billigste Anbieter da draußen, aber ich bin letztendlich hier Expectation Setting, ich bin letztendlich jemand, der mit jemandem Ziele, realistische Ziele festsetzt, ja, eine Entscheidung trifft und dann diese verdammte Entscheidung nochmal, nochmal verdammt nochmal durchzieht, ja, bis zum Ende, bis zum Ziel, ja, und nicht auf halbe Strecke dann plötzlich wieder hier rumflaget, ja, und sagt, eh, zu anstrengend, ja, Investment zu groß, Risiko zu groß, na, na, na und so weiter, ja, und das ist halt häufig der größte Fehler, weil viele sagen, okay, ich habe jetzt mir eine Agentur geholt, ja, haben irgendwie drei Monate ausgemacht oder sechs Monate oder zwölf Monate einen Vertrag gemacht, nach sechs, acht Wochen, ja, irgendwie ist alles nicht, passt nicht und so weiter, jetzt stelle ich Leute ein, ja. Dann mache ich zusätzlich noch den Fehler, ich kommuniziere nicht richtig, das heißt, hier habe ich jetzt interne Leute, die muss ich erstmal briefen, ja, Briefing, dieses Briefing findet aber vielleicht gar nicht richtig statt in Bezug auf die Agentur, die vielleicht auch noch irgendwo mitarbeitet, ja, die Agentur weiß nicht richtig, okay, was passiert jetzt da gerade hier mit den neuen Mitarbeitern und so weiter, ja, und vice versa und hier ist halt der IT-Experte, der jetzt quasi hier in die Fredouille kommt, weil hier letztendlich die mangelnde Kommunikation ist zwischen dann zu vielen, ja, Dingen, die gleichzeitig passieren und warum mache ich dieses Video? Weil die Realität einfach immer wieder so aussieht, ja, also es ist leider so und damit möchte ich das Video auch beenden, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, dein Thomas Klein, stay tuned, da kommen noch richtig coole Videos. Ciao, ciao.